ich auch wieder und ich habe ja gesagt ich werde heute die fenster und noch was wo sind sie jeder brauche noch die wurden ramparts die brauche ich auch noch so die fenster bei euch an der und die und die vor ganz wichtig die plattform city fast stehen gelassen und hier ist der falsche raum die plattforms die brauche ich natürlich auch jetzt kann ich nicht tragen weil ich arbeite so die nehmen wir mal dann hätten wir das gleich schon so schnell kann das gehen hopp jetzt klettern wir mal ganz nach oben da wo die awesomeness abgehen soll so ok so dann brauche ich noch ein ich brauche kann ich mir so viele plattforms glaube ich so ich überlege gerade ob ich das so als kreuz mach ob ich das jetzt so lass oder ob ich halt wirklich als großen raum mache aber ich glaube ich lasse ich lasse es so und nein jetzt habe ich keine pillars für draußen mitten dahin ist so kacke so machen auf jeden fall erstmal eine hierhin aber ich kann doch das so machen so zu erst mal hier ein dach drüber so schön zu jetzt habe ich keine mehr ne ja fuck so aber ich glaube ich lasse das so klein kann ich das nicht hier platzieren nee dafür brauche ich jetzt erstmal pillars und dafür muss ich nun leider noch mal hier runter eben selbst wenn er sich da noch aufhängt bricht er sich das bein noob ey wenn dann so reißt er sich die hand ab so sieht es nämlich aus bohr und das ist hier mit den ganzen fackeln das ist echt schlimm also das ist schon hart na gut er läuft aber auch so langsam weil er natürlich jetzt ein gebrochenes bein hat ne machst du halt auch nichts gegen so was haben wir denn hier noch ich brauche wurden plates und wurden cross dann habe ich schon mal die letzte plattform die mir noch fehlt und die pillars ich brauche acht stück habe ich irgendwo noch bretter rumfliegen nee dann mache ich nehme ich einfach mal ein paar weiße ätzend so pillars ok sind genug das holz legen wir wieder hier rein so das auch brauche ich den stick auch nicht so restliche holz noch und schon ist wieder alles gut verstaut muss man sich immer angewöhnen also ich habe es auch lange gebraucht um hier mal so ein ordentliches lager anzulegen schade dass man die jetzt nicht abnehmen kann echt doof dass man seine eingebauten sachen nicht abnehmen kann das echt schade so da wird er da hoch gekraxelt und ich muss ja auch noch wurden schatter und sowas bauen ich hatte da noch ein paar drin in der kiste die könnte auch noch einsetzen gleich das mache ich auch wie ihr merkt ich widme mich ein bisschen in meinem hausbau mehr moment ne so pillars deiner hin deiner hin deiner hin da auch so überall hier ringsherum ne dafür die acht stück so und dann noch hier so vier so wurden ramparts die hatte ich hier so angedacht damit man hier so schön nice runterglotzen kann der überall den hier hin wenn man sich prinzipiell auch sparen können aber ist egal ist egal so hier ein hin jetzt habe ich keine mehr jetzt kommen die fenster halt jeweils hier so hin na hopp so so die platform noch und ich glaube hier oben baue ich mein schlafzimmer rein das total awesome was für ein ausblick hier hör mal so zack zack und jeder ein hin und dann ist mein sommerloft hier oben fertig geil oder ist das nicht geil hier hör mal jetzt gehe ich noch mal runter und gucke was noch so geiles an da sind wir nicht so geil also dass man hier so wirklich runterklettern muss will springen habe ich noch so ein ding schade hätte ich hätte noch so ein teil so dann gucken wir noch mal einrichtungsgegenstände irgendwas hatte ich doch noch da schönes oder irgendwas schönes habe ich hier bestimmt noch was haben wir zum beispiel hier lamm und hiegeseter hier habe ich schon mal ein bett die können hier rein die fenster die pillars auch das ist ja doch dann was tragendes ne so dat hierhin bretter packe ich mal mit hier rein so was haben wir denn noch so schönes ach guck mal hier habe ich noch einen wooden rampart genau der der fehlt da vorne äh wooden post ich meine der hatte nur so voller blöde icon ne war in der wehigkeit genau so ein post was ist denn wenn ich den hier vorne dran mache sieht jetzt scheiße aus da so mach ich einfach mal dahin geil ne ok wieder weg hier hier ist schön offen kann zwar jeder rein aber egal scheiß drauf von dahin kommt eh keiner äh so dat hier weg die spike traps genau ich habe nämlich beobachtet wo genau der zombie spawnt jetzt aber ich hier so durchgucken konnte und der spawnt genau da wo sein blut ist und jetzt schon wieder meinen den rahmen also der spawnt hier hier irgendwo so und jetzt schon wieder den rahmen kaputt gemacht der penner äh arschloch so machen wir das erstmal zu da schwebt das ding rum aber diese stone ah ja ja genau ich könnte doch eigentlich diese dinger ne wie macht man den noch mal die wurden post da gucken wir mal kurz ins schlaue rezeptbuch wurden post ein wurden pillar ergibt 200 post das ist ja sagenhaft einfach und ich habe noch pilas drei stück so zack jetzt habe ich elf hiervon dann wollte ich mal gucken wie das aussieht hier kann man sie ja so hin machen wenn ich die hier so oben drauf ringsherum hin packe quasi habe ich eigentlich eine möglichkeit hier aufs dach zu kommen ja ne ja hier auf dieser etage habe ich jetzt auch die leiter die müssen auch noch ein bisschen optimiert werden würde ich sagen so aber hier müssen ja oben auch noch die alle hin na lolle ich habe direkt die wände mitnehmen können und ein rampart habe ich ja aber der war eigentlich für das hier gedacht so dann kann ich nicht mehr runter springen das schlecht hätte ich offen lassen sollen einfach dann nehme ich die ganzen wände erst mal mit und so war damals fünf stück habe ich noch perfekt da kann ich dann schon mal die draus machen habe ich zehn davon und da kriege ich kriege ich doch gleich schon mal richtig schönen ein blick wie das dann am ende aussehen könnte so ok immer hoch schon sind wir da diesmal den den ausweg sogar sofort gefunden und obwohl ich hingetan auch für vier so ich muss hier erst mal diese wurden post machen und kann da jetzt auch das dran dann trotzdem ja es klappt ja geil so dann muss ja muss ich aber im anderen gebäude natürlich aber auch nachholen dann das finde ich schon sieht übelst cool aus so wie viel habe ich noch noch sechs stück kann ich von hier vorne die ganze front fertig machen so und sogar noch hier ums eck wo mache ich noch mal hin dann baue ich mache ich hier den macht so dass hier von vorne zumindest dieser hohe bau alles komplett ist so dann kann ich jetzt hier die wurden dinge die die teile reinballern hier die die wurden rampart also heißen die so da habe ich noch sechs fünf vier so drei zwei eins scheiße reicht nicht geht jetzt da hin weil ich zu weit weg war oder was so zack und keine mehr verdammte hucke aber wie krieg ich hier oben noch die 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 green house foundations drauf hoffentlich ersetzte das wenn ich wenn ich das ne quasi welche das austauschen wenn ich das jetzt einfach darüber baue ich hoffe einfach ersetzt das das wäre schon toll ähm so dalle was brauche ich denn noch ich brauche jetzt erst mal wooden walls ne hätte ich die mal nicht alle verballert hier so eine scheiße das wäre auch noch cool wenn man die so nehmen könnte einfach quasi so und macht dann wieder holz drauf und dann sind die wieder zu natürlich geil wooden window kann ich die nicht auch zu so halben dingern verkraften ne schade das wäre jetzt auch zu einfach gewesen äh was habe ich denn hier hier habe ich die ich muss pillars machen ne ja ich muss auf jeden fall pillars machen so allein schon für die dinger so ich mache mal noch so komm 20 stück ok pillars haben wir jetzt brauche ich noch wände ne äh da machen wir doch mal eben gekonnt so und gekonnt so und dann gekonnt so dann haben wir doch schon mal wieder fünf wände sprich zehn von den kleinen fickern ne das war schnell äh das lasse ich mal hier in dem bau dingen die brauche ich ja nicht zehn von den kleinen reicht das für ganz ringsherum überlegt gerade ich glaube fast nämlich ich glaube nämlich fast nicht so ich habe auch keine sticks mehr schon wieder das auch wieder bitter ähm so das verkraften wir erstmal zu holz dankeschön so ich brauche auf jeden fall auch noch welche davon so ähm dann wo ist die säge habe ich die schon wieder weggelegt ach ne da ist sie doch die ist irgendwie so unscheinbar die geht immer so unter finde ich so ein bisschen die säge so dann machen wir das hier die 17 du weg zack zack immer mehr fliegt auf dem boden hier so egal äh das hier brauche ich und das hier brauche ich pillars ne was jetzt dazu was ich bauen wollte ne ich wollte auch wände bauen aber dafür brauche ich auch pillars stimmt so 13 pillars dann kann ich jetzt hier draus nochmal sieben wände bauen okay alles klar so das tech 3 das tech 4 quasi aber egal ich packe dann alles jetzt hier zusammen rein so weil ich will einfach loswerden gerade logs hoffentlich kann ich das alles aufheben hier sorry cannot lift hat ne muschi der typ so hier schmeißen wir mal die logs rein die wiegen ja viel ne so äh was haben wir denn hier noch so schickes was ich jetzt mitnehmen was ich noch verkraften muss die wände hier erstmal hat kann ich auch gleich oben machen und das anpassen wie nachdem wie viel ich noch brauche weil sonst verkraft ja wieder irgendwas falsches ne so und die ist voll und ich sehe gerade ich habe nämlich schlimmen durst so ich jetzt trotzdem erst hier oben fertig bauen weil mit mit 69 ach guck mal hier mit 64 schaffen wir das so hier vorne rum will ich jetzt erstmal mit denen hier ach komm ne ich mach erst erst die vier erst die hier so so wenn ihr die animation startet kann man direkt weiter laufen um das ganze effizient zu halten ne müsste man schon immer den nächsten treffen also okay so das bauen wir mal zu hier so na guck mal zehn stück verballert habe ich ja ich hatte erst gedacht ich brauche nur noch paar stück so also und dann mache ich hier noch eine rampe runter dass man da auch noch drauf kann das ist awesome boah ich hab schon noch der macht jetzt da irgendwo falsch hin mal setzt sie doch spacko ey so da noch eine hin da klatsch so zu ich habe noch zwei noch einen mal setzt den doch einfach so und jetzt kann ich dann auch die anderen wände verkraften aber ich mache erstmal nicht so viele so der kreis hier ist schon geschlossen ein wurden rampart wie war das noch dafür brauchte ich kann ich nicht bauen glaube ich aber trotzdem nicht desto trotz ich habe ja noch so viele hiervon werde ich das jetzt hier unten fortsetzen dass das so aufgebaut ist so war das gefällt mir nämlich eigentlich ganz gut muss ich echt sagen also mit positiv überrascht das zeug ne so ähm da noch eine hin hier noch hab ich jetzt nicht keine mehr ich wollte schon sagen hier kommen zehn stück brauche ich eh noch Latte ey muss ich halt zum bis zum nächsten mal wieder mit dem David und mit dem Dossman ein bisschen farm gehen ne so ist das halt äh noch so ein Knopf hier hier so ein Knopf machen wir kurz zu ich glaube ich noch vier drei zwei zwei passt das genau etwa noch hier unten ja ne so ah das reicht ganz locker ok so ähm komme ich hier irgendwie rein nö ne was ist denn genau hier drunter mich ja doch mal interessieren so wenn ich da eine Tür rein mache dann würde ich da hin kommen das ist natürlich auch schlecht äh ne Rampe wo könnte ich denn hier eine Rampe unterbringen oder halt wirklich dass man von hier hinten irgendwo da hochkommt und direkt durchlaufen kann das wäre natürlich auch noch cool ähm dafür gucken wir mal eben haben wir eine Foundation ne haben wir natürlich nicht ja gut ähm ich werde jetzt mal noch so ein bisschen hier kurz mein Kram einräumen ne da das hier rein so das weg die hier hin die Military Night Vision Goggles auch und ich werde jetzt noch als letzte Tat dieser Folge da hochgehen und mein Bett aufstellen da oben in dem super geilen Turm alter das ist so geil hier vorne da penne ich da kriege ich alles mit immer und immer wieder so und ich schlafe ach jetzt habe ich auch noch aufstoßen und ich schlafe einfach mal hier raus na komm dreh dich so mein Bett claim geclaimt habe ich es ne wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bis dann tschüss bis dann in der ne